moin leute ein kurzes update wie sieht es aus zur fibo ich kann euch sagen fibo ist gesichert einige neuigkeiten ja und zwar der ein oder andere hat es vielleicht schon an den aktuellen post gelesen ja ich werde mich von meinem aktuellen sponsor prosys werde ich mich trennen und ich möchte mich noch mal ganz offiziell hier recht herzlich bei process bedanken für diese einjährige zusammenarbeit kurzfristig letztes jahr eingesprungen 2014 da gab es natürlich den einen hickhack so wie es auch immer mit der aktuellen athletenauswahl dann entsprechend ist aber ich habe jetzt einen neuen sponsor gefunden der mich entsprechend international noch mal weiter fordern wird und da bin ich sehr glücklich dass euch mitteilen zu können und zwar es wird sein ab märz optimum nutrition ja ziemlich cool ich bin auch ziemlich stolz darauf weil ich natürlich lange darum gekämpft habe dass jetzt endlich mal ein großer wirklich offiziellen großer sponsor da hinter mir steht mit dem ich mindestens ein jahr auf jeden fall zusammenarbeiten werde und das ganze natürlich international gesehen das heißt er ermöglicht mir internationale wettkämpfe er wird mir ermöglichen bei allen internationalen messen auf jeden fall dabei zu sein es wird extrem cool und ich werde neben steve cook wird mein ja mein sozusagen meinen partner sein er ist natürlich international noch um einiges bekannter als ich es entsprechend bin und freue mich entsprechend auch dass wir da einige shootings und einige events und entsprechend auch einige sehr coole trainings videos mit ihm abfilmen werden nee aber dennoch wird die fibo entsprechend ziemlich cool ihr könnt mich entsprechend bei der fibo 2015 könnte mich in der halle 10 2 e 32 da wird optimum nutrition stehen dort werde ich dann entsprechend schwarz gekleidet sein mit team optimum ja und es wird eine ziemlich coole sache weiter werde ich natürlich auch noch mal den freitag und zwar ab 1 uhr habe ich eigentlich damals schon verkündet ich gebe es hier noch mal bekannt ich werde ein trainingsseminar geben und zwar ich werde in kooperation mit dem andreas scholz der bekannte figurmacher werde ich auf dem fibo symposium am freitag werde ich ich glaube 20 minuten also wirklich ein kurz vortrag werde ich über training da werde ich halt mal so ein paar gerüchte in den raum werfen und einfach mal sagen wie es in wirklichkeit ist es ist ganz klar mehr ein erfahrungsvortrag als jahren rein sport wissenschaftlicher vortrag ich freue mich einfach dass ich dort geladen bin und wirklich ein bisschen erfahrungswerte mit geben kann ja und ansonsten entsprechend alle vier tage werde ich auf der fibo vertreten sein wenn sich natürlich noch mal kurzfristig was ergibt vielleicht ein tag mehr ein tag weniger dann ist das leider so das ist leider so der fall und es passiert auch immer wieder das vielleicht kurzfristig noch was passiert aber ganz ganz stolz hier den neuen sponsor bekannt zu geben optimometrisch und vielen dank an prosis noch mal ja ansonsten freut es mich natürlich wenn ihr mich auf der fibo besuchen kommt weiterhin mich unterstützt ich habe unten in der beschreibung noch mal einige neue equipment sagt ich habe auch glaube ich noch nie genießt im video naja jetzt ist hier live mal drauf nee ansonsten checkt unten mal die ein oder anderen verlinkung ab ich teste auch immer von meinem equipment sponsor testen natürlich auch sehr sehr coole equipment ich habe jetzt einige neue produkte wieder erhalten werde dann natürlich auch noch ein paar reviews zu machen weil ich denke mal euch interessiert das was gibt es dort neu auf dem markt in diesem sinne ja wünsche ich euch noch einen schönen und erfolgreichen tag das ist ein kurzes vlog gewesen über die neuigkeiten es wird ein sehr cooles jahr ich freue mich auf eure unterstützung wir sehen uns